Hallo liebe Wanderfreunde, herzlich willkommen auf unserem Wanderkanal von Strauchs Wanderlust. Heute gehen Sarah und ich rund um Neuweiler. Diese Tour hat etwa 12 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann begleidet uns. Sollte Wanderlust. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Noch etwa zwei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns gut gefallen. Vor allem wegen den schmalen Pfaden. Richtig top. Wenn euch diese Tour gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und über Kommentare würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschööööööööö. Und weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was? Nimmt schon aus. Ja. Hallo liebe Wanderfreunde, herzlich willkommen auf unserem Weihnachtskanal, Oleg. Oh du fröhliche. Danke. Noch etwa zwei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen. Schmale Pfade, breite Wege, alles von jedem dabei. Das war richtig klasse. Da war's.